Okay, so, es geht jetzt weiter. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass der PC das durchhält, weil gestern gab's da so ein paar kleine Probleme. Das sieht doch schick aus. Ja, moin! Nein! Alter, ja genau! Wie viele kommen denn da? Oh mein Gott! Gloria Las Plagas! Loll! Die ist voll am Deutschen! Alter! Ich hab alles einfach daneben gesetzt. Wo war das Bad? Auf dem Stress folgen tolle Sachen. Was ist das hier? Das ist doof gelaufen! Dann hätte ich gerade auch gebrauchen können. Glaubst du, ich geb's so leicht auf? Klar. Die geile Ada. Hallo! Get up, Freunde! LOL! Alter, was? Als ob der mir einfach die gesamte Sense in die Fresse haut. What? Schneller, schneller. Hast du die Schildviecher, ne? Boah! Aber die Roundhouse-Kicks fetzen umso mehr rein. Was? Was? Der fehlt da was im Köpfchen. Alter, so easy? Adios, du hästliches Mistvieh. Okay, ich dachte, ich müsste wenigstens ein paar Mal schießen. Aber wenn ich nicht treffe, ist der Bolzen weg, ne? Das ist ja jetzt nicht so geil. Hallo? Kommt hier auch mal rum, meine Ecke. LOL! Als ob die zurücklaufende... What? Was hast du für eine Diskussion? Gerade im Chat. Dark Souls wurde geklaut von Resi oder andersrum? Weil die beide in der Burg spielen, oder was? Okay. Oh mein Gott! Hätte ich jetzt nicht so gesagt. Okay, ich wusste nicht, dass er noch lebt. Ah! Wo ist er denn hergeklettert? Wo ist er hin? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Jetzt tötet ihn. Tötet ihn. Iss ihn auf. Danke. Langweilig. Er raschelt es wieder so sehr. Oh Gott! Oh mein Gott! Holy shit! Alter! Holy! Macaroni! Gut, dass ich heute schon scheißen war. Sonst wäre meine Hose... Er müsste sich die Hose wechseln. Ganz ehrlich. Ich muss gar keinen Stress haben. Ah Gott! Wieder von hinten! Hör auf damit! Okay. Was muss ich hier machen? Ja, so ein Garzellenköpfe, ey. Das sieht halt echt schick hier aus. Also, ich muss halt sagen, da würde das hier einfach komplette komische crazy Wichser rumlaufen. Äh, finde ich das ganz schön wild, dass es hier so schön noch aufgeräumt aussieht und nicht komplett verkommen oder sowas. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Oh, schade. Die würde dir bestimmt super stehen. Junge! Alter! Gespräche aus der Hölle. Dafür kenne ich Resident Evil mittlerweile gut genug, als der nicht jetzt, der nicht irgendein Shit passieren wird. Wild! Wow! Ach, so süß hier, Ashley. lacht zufrieden. Hä, hä, hä. Oh, schieb den Schwanz da rein. Ja, halt. Ich hab noch... Ich... Man kann die wirklich abschießen? Ich hab die ja noch nicht einmal... Als ob ich die noch nicht einmal getroffen hab, ever. Hä? Als ob ich die schon getroffen hab! Was? Die töten mich instant? Was entdeck ich denn jetzt hier alles gerade? Verdammt, was ist los? Oh, Mann! Glória las Plagas! Die Ashley läuft mir jetzt aber auch absichtlich die ganze Zeit vor der Nase rum, dass ich die abschieße. Die will aber auch sterben, die blöde Olle. Die dumme Kuh. Da wird da was geknarzt. Kann doch nicht sein, dass nur ich das höre. Versteh das nicht, dass der da nie trifft, ne? Ich hab keine Ahnung, wie... Kann ich da oben hingeschossen haben? Wie geht das? Versteh es nicht. Weißt du, hier instant triffst du. Aber ja, nicht wie jetzt. schieße ich da oben irgendwo in die Wallachai. Okay, der stößt einfach so nach vorne. Okay. Okay, wie machen wir das jetzt? Pistole. Aber anders kriegt das nicht hin. Ja, Alter. Es ist eng hier. Okay. Ich will jetzt verstecken. Oh, der ist smart. Okay. Ich glaube, ich brauche mal Health. Das ist ganz schön assi, das Vieh. Vor allem, wenn er nach vorne springt, ist er richtig übel. Kann er nicht ausweichen, so schnell. Jetzt geht's los. Okay. Diese Banger-Waffe. Holy shit. Oh mein Gott, was ist das denn? Das finde ich jetzt ja mal gar nicht geil. Ah ja. Hey, wer macht denn das noch? Das wird laut. Okay. Krass. Ich wusste jetzt nicht, dass es hier noch so Action gibt.